Der MSCI World und der MSCI Emerging Markets sind die beiden bekanntesten Aktienindizes für passive ETF-Investoren, die ein Weltportfolio nachbilden wollen. Kann man nicht aber auch so ein ETF-Weltportfolio anders abbilden, ohne auf einen der beiden Indizes oder beide zu setzen? Meine Gedanken dazu gibt es im heutigen Video. Und damit hallo und willkommen beim Finanzdino und viel Spaß bei diesem Video. Wenn du keine weiteren neuen Videos mehr rund ums passive Investieren verpassen möchtest, dann hau doch jetzt schon mal den Abo-Button und aktiviere auch gleich die Glocke. Dann wirst du nämlich immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. Und wenn dir dieses Video hier gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn du dem Ganzen jetzt schon mal einen fetten Daumen nach oben gibst. Und damit starten wir auch schon mit diesem Video hier. Ja, MSCI World ist der bekannteste Aktienindex überhaupt und sein Pendant quasi dazu seine perfekte Ergänzung. Das ist der MSCI Emerging Markets und hauen wir uns ETFs, die jeweils einen der beiden Indizes abdecken ins Portfolio. Dann haben wir in der Kombination über 3000 Aktiengesellschaften aus der ganzen Welt. Nämlich einmal MSCI World, die ganzen Industrienationen, MSCI Emerging Markets, die ganzen Schwellenländer im Portfolio. Das ist doch super. Breiter, diversifiziert kann man fast nicht mehr sein. Das ist also eine sehr einfache und wahrscheinlich auch eine sehr effektive Möglichkeit. Schauen wir uns zum Beispiel mal den MSCI World an. Der hat nämlich seit 1975 eine jene Rendite, zumindest bis zum Stichtag 30. November 2020, von rund 11% pro Jahr. 11% pro Jahr ist eine richtig, richtig starke Performance. Das muss man sich mal an der Stelle irgendwie auch mal klar sein. Das ist pro Jahr und zwar jedes Jahr. Im Durchschnitt natürlich nur. Das heißt nicht, dass wir nicht mal auch irgendwie im Minus sein können oder nicht mal auch im Plus. Gucken wir uns mal so Extremjahre an. 2008 waren wir 40% im Minus. 2009 waren wir über 30% im Plus. 2017, 2019 waren auch sehr starke Jahre mit 23% beziehungsweise mit über 28% Plus für den MSCI World. Also es gibt durchaus schon mal Jahre, wo es eben gut, aber eben auch Jahre, wo es eben sehr schlecht läuft. Und jetzt möchte ich mir vielleicht aber das Ganze etwas eigenständiger ins Portfolio legen. Man möchte sein Portfolio ja auch lieb haben und vielleicht ist mir zu viel USA drin, zu wenig Europa oder mir gefällt einfach diese Aufteilung des MSCI World nicht, dass ich hier bestimmte Unternehmen so stark hochgewichtet habe. Ich möchte das in der Eigenregie quasi anders gewichten. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man könnte das Ganze zum Beispiel so ganz grob nach Regionen aufteilen. Am einfachsten ist es hier natürlich, wenn man sich quasi sagt, okay, man möchte erstmal die entwickelten Länder hier eben aufteilen. Und die folgenden Möglichkeiten, wenn man sich das aufbauen kann, ist natürlich in keinster Art und Weise irgendeine Art von Anlageberatung da. Das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Und ihr seid für eure eigenen Finanzgeschäfte natürlich immer selbst verantwortlich und seid euch da auch immer bewusst, dass ihr auch euer gesamtes eigenstes Kapital verlieren könnt. Also werfen wir mal eben einen Blick auf so eine Möglichkeit, wie man das aufbauen könnte. Die Industrienation aufzuteilen ist da wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit. Denn teilen wir das mal grob ein. So was ist denn in den Industrienationen überhaupt vertreten? Da haben wir nämlich einmal auf jeden Fall Nordamerika, beziehungsweise das ist ja eigentlich fast nur USA. Die ist ja mit über 60 Prozent eben schon ganz stark dabei. Dann habe ich auf der anderen Seite eben einen großen Batzen Europa mit rund 20 Prozent. Dann habe ich ungefähr 15 Prozent eben noch so im asiatischen Raum, wobei Japan da auch einen sehr großen Teil in einnimmt. Und das war es dann im Prinzip eigentlich schon. Also wir haben Nordamerika, wir haben Europa und wir haben Asien. Das heißt, die entwickelten, die Industrienationen könnte ich auch ganz bequem mit drei anderen ETFs zum Beispiel abdecken. Hier wäre eine Möglichkeit, ich fokussiere mich eben nur auf die USA, weil die auf die drei Prozent Kanada, die lasse ich mal irgendwie unterm Teppich verschwinden. Und setze eben hier zum Beispiel auf einen breiten Index wie den S&P 500 zum Beispiel. Wenn ich auch in 500 US-amerikanische Unternehmen investiert, na klar, hier habe ich dann wieder spezielle Risiken und spezielle Gewichtungen eines solchen ETFs, der eben einen entsprechenden Index abdeckt, in dem Fall den S&P 500. Aber das wäre eine Möglichkeit, hier eben in die USA zu investieren. Europa, ganz viele Möglichkeiten. MSCI Europe oder den Stocks Europe 600. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das eben abzudecken. Ich kann hier auch dann sagen, okay, ich möchte irgendwie hier noch was anderes mit dazu mischen oder ich fokussiere mich jetzt auf einen speziellen Teil von Europa. Dann ist man natürlich auf keinen Fall mehr marktneutral, denn sofern wir diese Aufteilung MSCI World quasi eigenständig aufbrechen und selbst gewichten, sind wir hier nicht mehr in einem marktneutralen Umfeld, sondern quasi auch in einem unsystematischen Risiko, was wir uns hier im Prinzip ins Portfolio holen, weil wir eben nicht diese marktkapitalisierungsgewichtete und standardgegebene Gewichtung quasi von MSCI im Portfolio haben, was schon allein damit zusammenhängt, dass eben Apple zum Beispiel im S&P-Verhandel ein anderes Gewicht dann in unserem Gesamtportfolio hat, wie wenn wir es im ganz normalen MSCI World zum Beispiel hätten, nur mal um jetzt ein Beispiel zu nennen. Aber hier könnte man eben Europa mit zwei oder drei verschiedenen Indizes als Auswahlmöglichkeiten abdecken. Beim asiatischen Raum ist es schon ein bisschen schwieriger, denn hier haben wir nur sehr wenige asiatische Länder, die überhaupt zu den entwickelten Ländern zählen. Das sind sowas wie Australien, Japan eben ein sehr großes Gewicht, Hongkong zum Beispiel und eben auch Singapur. Und je nachdem, ob wir uns im MSCI oder im FUZI-Universum bewegen, kommt hier noch Südkorea eben dazu oder es ist, wie im Fall von MSCI, eben als Schwellenland eingestuft. Da ist es schon etwas schwieriger, hier einen passenden Index zu finden. Oftmals wird Japan hier auch ausgeklammert, weil der japanische Aktienmarkt nun ja seit Jahren nicht mehr gut läuft. Und dementsprechend man einfach sagt, okay, man möchte sich dieses Nullsum-Spiel mit Japan irgendwie ein bisschen sparen. Dann lässt man das einfach raus mit so einem Asia-Pacific-Ex-Japan-ETF zum Beispiel. Das sind alles so Möglichkeiten, die man sich hier eben ins Portfolio legen kann. Und dann eben die Emerging Markets, das ist dann so der zweite Teil, die Schwellenländer aufzubrechen. Das ist dann schon etwas schwierig, denn hier haben wir teilweise sehr schwer zu investierbare Märkte. Wenn wir uns eben mal anschauen, was alles so in so Emerging Markets drin ist, da kennt man sich auch nicht so richtig aus. Man will vielleicht auch teilweise bestimmte Risiken nicht eingehen. Wenn wir uns mal zum Beispiel nach Taiwan eben umschauen, da können wir sehen, naja, TSMC zum Beispiel nimmt in so einem MCI Taiwan eben ein super großes Gewicht ein, während es im MCI Emerging Markets zum Beispiel zwar auch relativ hochgewichtet ist, aber nicht dieses super krasse Klumpenrisiko quasi hat, wie wenn wir uns so einen Länderindex ins Portfolio legen würden. Dem Ganzen muss man dann eben sich auch bewusst sein und hier abwägen, was ist einem wichtiger. Möchte man lieber Eigenverantwortung und Eigeninitiative dafür, natürlich auch mehr Komplexität und Aufwand bei der Portfoliopflege oder möchte man hier eben die komfortable Situation eines MCI Emerging Markets quasi haben und einfach sagen, Mensch, die Schwellenländer, die packe ich einfach in einen Index. Das ist hier viel, viel einfacher. Das wäre so eine Option, wie man das Ganze aufbrechen kann. Natürlich, wenn man jetzt hier das Ganze noch etwas spezieller machen möchte und nicht so länderneutral in Anführungsstrichen quasi machen möchte, dann kann man sich natürlich auch noch in bestimmte Sektoren bewegen, aber da weicht man natürlich dieses MCI World-Gefüge weiter und weiter auf und das kann natürlich, wenn wir hier von einem guten Investment sprechen, auch dann eben sich in der Rendite wieger spiegeln, aber oftmals sind solche sehr aktiven Anlegerentscheidungen dann eben nicht unbedingt von Erfolg gekürt, weil eben bestimmte Investmentfaktoren, wie zum Beispiel der Small Cap Factor oder auch Momentum Value, was es da eben so an Faktoren gibt, nicht mehr berücksichtigt werden, weil wir das Ganze eben aufbrechen und weiter aufbrechen und hier uns eben weitere Risiken, Länder und Index spezifisch eben ins Depot legen. Also als Fazit kann man sagen, ja, man kann auf jeden Fall so ein Portfolio anders aufbauen. Man hat einen wahrscheinlich höheren Aufwand, dieses dann erstens mal eben überhaupt zu installieren, zweitens dann auch zu pflegen und drittens muss sich das Ganze natürlich auch in den Kosten widerspiegeln. Ich habe jetzt nicht ganz genau vor Augen, wie viel so ein MCI World zum Beispiel kostet, aber ich denke mal so 0,1 bis 0,2 Prozent von der TR, das sollte sehr, sehr realistisch sein. Viel mehr darüber wird es wahrscheinlich nicht sein, wenn wir uns hier so ein S&P 500, okay, den kriegen wir für super günstig und ein MSCI Europe, den kriegen wir auch noch relativ günstig. MSCI Asia Pacific, ja, das wird dann wahrscheinlich schon etwas teurer eben aufgrund von Transaktionsgebühren und dementsprechend muss man gucken, passt das hier eventuell mit der TR, habe ich hier höhere Kosten und vor allem ganz wichtig auch bei ETFs, wie sieht es hier mit der Tracking Difference aus, also performt mein ETF quasi schlechter als die eigentliche TRs eben angibt oder vielleicht sogar besser, indem man zum Beispiel verschiedene andere Wertpapier leihen oder verschiedene andere Geschäfte gemacht, um hier quasi diesen Minus, das man mit so einer Gebühr machen würde, im Prinzip in der Performance wieder auszugleichen. Das sind so Gedanken, die man sich dazu machen sollte, das natürlich dann jedem selbst überlassen, wie er sich dann dafür entscheidet und da ist erstmal euer Mitwirken gefragt und zwar, wie macht ihr das denn? Richtet ihr euch eher an so einem ganz klassischen MSCI World und MSCI Emerging Markets aus oder vielleicht auch so ein All-Country Index oder seid ihr da eher der Selfmade Investor, der quasi das Ganze so ein bisschen DIY-mäßig sich zusammenstellt? Schreibt mir da mal eure Vorgehensweise sehr gerne in die Kommentare, ich bin da wie immer auf eure Meinung und vor allem auf den Austausch mit euch sehr gespannt. Das soll es an dieser Stelle mit diesem Video gewesen sein, wenn es euch gefallen hat, lasst dem Ganzen doch gerne einen Daumen nach oben da und nicht vergessen den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr nämlich keine weiteren neuen Videos mehr. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Video dann wieder am Start. Bis dann!